Hallo Papa. Hallo. Wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Sie soll nicht so viel arbeiten. Komm noch mal rein. Ich telefoniere noch. Doch, doch. Telefoniert noch. Ich hab jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann war ich mir da keinen Stress mehr. Sie arbeiten viel zu viel. Ich weiß, ich weiß, das ist wirklich busy. Ja, wir waren einfach über die, die die schlimmsten Wochenende hatten. Ich habe wahrscheinlich die schlimmsten Wochenende der ganzen Leben. Mein Vater besitzt mich spontanisch, ohne eine Warnung. Ich will den Ladies ein Glas von Champagne. Ich bin Tony. 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 Erdmann. Okay. Also, das wird jetzt bestimmt die Feministin in dir ärgern, aber... Keine Feministin. Dann würde ich es mit Typen wie dir gar nicht aushalten, Gerald. Sag mal, spitzt du? Papa, ich rede mit dir! Ja, ganz schön überfallen, ne? I'm Ambassador Erdmann. Ja, und das ist meine Sekretärin. Miss Schnuck. Ah! Oh! 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 I have to arrest you. Professor Potsmitor. Oh! Oh. Yeah! Oh! Oh ho! Oh! Oh! Vielen Dank.